Das LilienLabs Handmessgerät ermöglicht Ihnen eine umfassende Bestimmung Ihrer Wasserqualität auf Knopfdruck. Einfach, präzise und schnell können Sie Ihre Wasserwerte analysieren und dokumentieren. Um einen Messvorgang durchzuführen, öffnen Sie zunächst die Klappe des Lilien Wassermessgeräts. Nehmen Sie nun den Sensor-Stick zur Hand und achten Sie dabei darauf, den Stick am Ende anzufassen. Schieben Sie den Sensor-Stick von hinten in einen der beiden Slots. Stellen Sie sicher, dass die bedruckte Seite nach oben zeigt und die Sensor-Stick vor der Seite zuerst eingeschoben wird. Drücken Sie den Sensor-Stick so weit in den Slot, bis Sie ein hörbares Klicken vernehmen. Jetzt können Sie die Klappe des Messgeräts wieder schließen. Starten Sie nun die Lilien-App auf Ihrem Smartphone. Wählen Sie Neue Messung aus und verbinden Sie sich mit dem Lilien. Während die App nach dem Messgerät sucht, streichen Sie über den Berührungssensor des Messgeräts. So kann die App das Lilien finden und sich verbinden. Während des Verbindungsprozesses zeigt der LED-Ring ein weiß umlaufendes Licht. Hat sich die App mit dem Lilien verbunden, leuchtet der Ring vollständig weiß. Nehmen Sie nun den Messbecher zur Hand und entnehmen Sie Ihre Wasserprobe. Befüllen Sie dabei den Messbecher bis zum Gewinde mit der Probe, denn nur so kann das Lilien die Wasserprobe korrekt analysieren. Legen Sie das Lilien mit dem eingesteckten Sensorstick auf den Messbecher drauf. Achten Sie dabei darauf, das Lilien gerade zu halten und vollständig auf den Messbecher aufzulegen. Streichen Sie über den Berührungssensor des Messgeräts, um die Messung zu starten. Während das Lilien die Wasserprobe analysiert, sehen Sie am LED-Ring ein weiß umlaufendes Licht. Sobald der LED-Ring des Liliens grün leuchtet, können Sie das Gerät aus der Wasserprobe entnehmen. Ziehen Sie nun vorsichtig den Sensorstick vorne aus dem Gerät heraus. Wenige Sekunden später werden Ihnen die Messdaten auf Ihrem Smartphone angezeigt. Die Ergebnisanzeige stellt Ihnen Datum, Uhrzeit der Messung, die Messergebnisse und den Akkustand übersichtlich dar. Um Ihre Messergebnisse zu speichern, wählen Sie Ergebnis automatisch speichern aus und schließen Sie das Ergebnisfenster. Mithilfe der Auswahlmenüs können Sie nun auf Ihre gespeicherten Messungen zugreifen und diese bei Bedarf exportieren.